Es ist ein harter Tag. Ich bin erkältet und heute Morgen wurde mir Blut abgenommen. Aber wer kümmert sich um mich in dieser schweren Not? Wenn Männer krank sind. Die Meckermuff. Wenn Männer krank sind, da braucht man Unterstützung. Rudi ist der entspannteste Shoppinghund, den es gibt. Jana probiert da drin seit 78 Stunden Kleider an. Und Rudi ist so friedlich. Dankeschön. Ich bin übrigens auch friedlich. So, das ist er. Die beste Shoppingbegleitung, die man haben kann. Er wartet lang, ist geduldig, er berät gut. Und vor allem, er kauft sich auch selbst was. Das ist ja schön. Der Jungen muss jetzt leider kurz warten, denn ich habe natürlich wieder was vergessen. Diesmal nicht den Schlüssel. Ich habe sogar zwei Schlüssel eingepackt. Aber ich habe meine Geldkarte vergessen. Super. Aber dafür zwei Schlüssel. Und ich habe den Schlüssel. Also lägegar das jungen sind.